So, hey ihr Schluris, ich bin Raystee und willkommen zu einem neuen Video. Liebe Schluris, der Tobi ist leider krank. Auf jeden Fall lag ich eben so im Bett und hab mir einfach mal meine Clips auf Twitch angeschaut. Und dabei dachte ich so, die sind eigentlich gar nicht mal so total langweilig. Und hab einfach mal die coolsten Clips, die ihr in meinen Videos geklippt habt, zusammengeschnitten. Ich hab sowas allerdings noch nie gemacht, deshalb habt ein bisschen Erbarmen. Außerdem bin ich krank. Allein das verdient ein Like. Leider sind nicht alle coolen Momente dabei, weil nicht alles geklippt wurde. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und wenn ja, dann lasst doch ein Like da. Am Donnerstag bin ich hoffentlich wieder gesund. Und übrigens am Donnerstag, an dem Tag, wo das nächste Video hochgeladen wird, hab ich halt einfach Geburtstag. Ich hab einfach Geburtstag. Und wenn ihr mir ein kleines Geburtstagsgeschenk machen wollt, dann schaut doch mal auf meinem Twitch vorbei. Der Link dazu seht ihr hier und unten in meiner Videobeschreibung. Es würde mir sehr viel bedeuten, wenn ihr dort ein Teil der Familie werdet. Also folgt mir auf Twitch und jetzt bin ich ruhig, weil ich glaub die Clips gehen ziemlich lang. Ciao. Und jetzt backe ich hier in der Luft. Cool. Und ich bin ausgenockt. Hahaha. 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 Oh mein Gott. Oh top, top, top. Du bist so ein Kuba. Ich, das, das war nicht mit Absicht. Wer hat das gefahren? Wer hat das scheiß Auto gefahren? Ja, 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 ja. Woo. Oh mein Gott. Oh. Mir steckt hier fest. Warte, 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 was? 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 Hallo. Oh shit. Oh shit. Ja, ich. Boah, der swiftet mich weg. Der rechts schießt, aber das ist mir egal, denn ich seh so wie ne, so, 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 so. Die brauche ich ja gar nicht vorkommen. Flo. Flo, du nenne ich. Nein, 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 nein. Oh, sie hat einfach überlebt, diese Buhre. Äh, ich meine diese, diese Frau, dessen Berufsstand ich nicht ganz kenne. Nee, nein, nein, nein. Tom, magst du Esel? Ich hab jetzt keine spezifische Meinung zu, aber... Das ist aber die Reaktion von jeden so. Die Hanna steht total auf Esel und fragt mir so, nimmst du Esel? Und alle so, du, also, die sind ihr eigentlich ziemlich egal. Willkommen, ihr Schluris, zu diesem kleinen Stream. Heute hoffentlich wieder mit dem nicen Dream Team. Jo, den Tom und den Flo. Der Flo ist auf dem Klo, aber danach, da geht's los und der Tom, der ist groß. Okay, der Boy ist mindestens 1,90. Ich rede einfach weiter und die Schluris, jo, die freuen sich. Nö, 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 nö. Ich hab die nicht einmal getroffen. Wir drei, jo, wir sind die Gewinner. Wir spielen heute PUBG und holen uns gewickten Chicken Dinner. Na, los, los, wir machen fight, fight, fight. Bam. Oh ja, ich hab'n getroffen. Gott, hol dir den anderen. Ich hab'n gekillt. Ich hab'n ausgenockt. Meine Mäste sind grad nur so mit dem Verrecken und ich so, ich brauch'n Rucksack. Okay, aber kein Problem. Es droht uns keine Gefahr, denn im Notfall hat der Tom eine K. Ich nicht. Ich hab' nur mein Gesicht. Das sehen die Gegner und sagen, oh ne, ich verpiss mich. Gut, ich glaub', das wird keine allzu lange Runde mehr. Hab' ich so das Gefühl? So. Oh Gott! Oh nein! Kommt. Tobi, guck mal, hier ist ein Chicken. Wo, 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 wo? Wenn wir Bratmaxe grillen, fängt die Stimmung an. Ich lauf' hoch, ganz im Takt und hab' mega den Arsch. Oh, episch. Epischer Überlebender wieder. Noch ein epischer Überlebender. Können wir eigentlich noch einen? Komm, noch einen. Ja, komm, komm, vier. Mach' mal vier, mach' mal vier draus. Epischer Anführer. Erzählt, ne legendäre Waffe. Oh mein Gott, ein legendär Überlebender. Was? Wenn wir das Golden Stone ist, dann fliegt die alle aus. Zwei legendäre! Oh mein Gott. Oh shit. Oh shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, wie geil, Alter. Alter, die, die Mail hat mich grad gerettet, Freunde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die haben mich gesehen. Die müssen vorkommen, Alter. Die müssen vorkommen, sonst mach' ich da nix. Oh, oh, oh. Ne, ne, da sind schon zwei Autos grad' hingefahren. Wie viel Meter sind das wahrscheinlich? 450. Oh, ausgenockt, Headshot. Der war's. One-Shot, ausgenockt. Der hat's jetzt grad so obvious gemacht, dieser Tuachick da. Die Runde werden wir auf jeden Fall verlieren. Der weiß jetzt, wo ich stehe, Achtung. Der weiß jetzt, wo ich stehe. Ich bleib' jetzt hier stehen. Okay, jetzt weiß ich, Tu ob ihr's. Maxi, links, 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 links. Hol dir den, hol dir den, hol dir den. Hier, Alter. Hol dir den doch. Peng, 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 peng. Peng. Schieß doch, Maxi. Ich ziel' noch auf ihn. Ich ziel' noch auf ihn. Nein, ich hab' mich schwitzt. Oh, oh. Oh, nice. 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 Oh, oh. Bis zum nächsten Mal.